ja hallo und recht herzlich willkommen zurück zu mittelerde mordor schatten jetzt habe ich mir nämlich rausgesucht noch dass ich erst mal und dann fange ich eigentlich dritte ich an erst mal hier noch folgum der flüsterer töte weil er ist mit wie soll ich sagen mit mit seinem stärksten hier mit dabei das ist nämlich hier arthur der kriegsbringer der hat nämlich macht 16 weil ihn habe ich schon hier und er ist halt noch übrig und dann ist hier rechts der hat auch noch diesen den habe ich auch schon und dann ist einfach nur er übrig weil er hat keine bodyguards das ist nämlich ein bisschen sehr komisch aber na gut wo muss erst mal folgung der flüsterer aber da können wir mal hier noch schnell also ich gehe immer hier drauf der müsste ist er für hinten wo befindet sich der folgung der flüsterer hier ist er sie befindet sich hier alter nun in fischerei hoff hofft dass ein weiterer urug mist baut und ihm ein vorwand zum kampf gibt kann ich dir jetzt eigentlich auch jemanden anderen sagen dass der den tüten soll aber das ist ja auch doof da habe ich ja dann eben wieder weniger gut da werde ich mich halt mal dorthin begeben müssen oder ich mache einfach mal hier so eine mission festung morgen wenn ich jetzt mal hier drauf gehe ich wieder darauf ich habe es einfach nicht mehr drauf ich bin hier durch was ist das hier das heilmittel nachdem marvin von sauren saruman besessen wurde benötigt ließ viel eine hilfe um das interessiert zu finden um ihre mutter zu heilen gut dann machen wir das erstmal das ist wohl eher eine nebenmission aber macht auch spaß okay das wasser ist auch nicht ganz so schlecht aber auch nicht so gut animiert okay ich gehe mal hier rein oder ich gehe mal hier ran auftrag starten bubbel unser bubbel die gefahren sind mir gleich es geht um das wohl der königin milady dies ist ein angriff auf das lager wäre unklug er kämpft mit uns ich habe keine wahl talion ich benötige dieses elixier selbst der fremde denkt es sei ein törichter plan ich weiß an wen sie dich erinnert wir greifen an wie geplant ich kümmere mich um die orcs wir könnten dir ungesehen folgen wir finden die medizin und verschwinden sichere alle drei suchgebiete ohne die annahme nur aus dem hinterhalt können wir die tariel und ihren männern den weg zum elixier sichern deine gefühle vernebeln deine sinne risiko ohne lohn ist purer leichtsinn diese medizin wird den geist der königin heilen und dir deine antworten bringen mag die wahrheit für unser bündnis mit diesem volk sprechen wir einschalten wir uns hier was ich je gehört habe du musst der luft um dich herum lauschen pfff pfff pff pfff pff 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 gebiete ohne alarm auszulösen kann ich mal hier hoch wie karten wieso ach so ich denke mal das geht bewusst bestimmt mit brandmarken indem ich jetzt ja alle typen mit dem pfeil brandmarken oh nein ich hab doch gar nichts gemacht weiter die jäger lassen den rest von uns mal wieder schlecht aussehen okay wenn der andere sich mal wegdrehen würde kann ich eigentlich von hier so schießen schatten habe ich halt mal getötet ich das würde ich auch irgendwie nach das ist aber ich creepy ist es nicht hier oben aha sie wissen dass sie alles tun wird um ihre königin zu schützen so geht es kein haus ohne grund feiner bestehen bleibt ich glaube wir machen erstmal das hier hinten nicht schlecht springen darüber jeder hoch ja und hier müssen bestimmt ein kran wo freilassen hier war irgendwas außer für das haus geil der was liegt denn da hinten drin ach so haben wir hier noch ein anderes karagonia hier sind noch mehr pfeile hier sind noch mehr pfeile hier ist alles sauber oder muss ich den jetzt ohne töten ja wo ist denn der hm wo ist der hin was macht der da unten ah hier ah jetzt sehr gut die tarials entschlossenheit ist ansteckend ich verstehe warum ihre männer ihr folgen ok noch ein höheres haus das sei jetzt mal gut aus alter hier runter gut dann machst du es halt so gut ok der bleibt so kommt also der waldläufer endlich um mich zu holen ich aus nicht hingegen ich habe nicht ich habe nicht gesehen sehr gut Ah ich stehe gerne zu diensten dafür sind wir dir dankbar dies ist nicht dein Volk Tanja. Gedenke deiner Frau und deines Sohns. Treff die Vorbereitung. Ja, jeder Moment ist kostbar. Das Heimel. Erfolg. Auftrag abgeschlossen. 400 xp. Etariels Stärke zeigt sich darin wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Okay, gut, zwei haben wir ja erst. Das wusste man ja schon. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Und tun erstmal diesen... Alter, der bleibt immer kleben. Den Turm noch freischalten. Eine Festung meines Hauses. Errichtet aus Steinen der Erinnerung. Mächtige Beute. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimobos Vergangenheit verbergen. Das ist eigentlich auch sehr interessant, wie ich finde. Okay, wo ist noch mal hin? Hier hinten. Hm. Warte mal hier. Oh. Hier liegt oder was? Ein Artefakt. Ein Wetzstein. Dieser Stein ist einzigartig unter dem schier entlosen Aufkommen von Vulkangesteinen in den Bergen Mordos. Es handelt sich um einen Schleifstein, der Zwerge dazu bestimmt, Äxte, Messer und Schwerter derart zu schärfen, dass sie selbst die beste Urhochrüstung oder die steinerne Haut eines Trolls zu durchdringen vermögen. Die scharfe Klinge schneidet den Berg. Heißt die Redensart. Wer der Besitzer des Steins auch gewesen sein mag. Er war höchst gründlich in seiner Arbeit. Schärfe weiter. Du musst deine Axt wetzen, bis du eins deiner Barthaare in zwei teilen kannst. Oh, sie ist scharf genug, um einen Graug zu töten. Jetzt reich mir den Pfeife. Bei der Jagd geht es nicht um scharf genug, kleiner Bruder. Du musst lernen, die Jagd zu respektieren. Eine scharfe Klinge für ein makelloses Töten. Ohne respektvollen Biest sind für dich besser als die Orks. Testen wir sie jetzt einmal. Bei Durin war nur einen Zwerg rechtzeitig, wenn du ihn am Bart reißt. Sieh dir das an, Torwin. Das war es zweigeteilt. Es gibt doch noch Hoffnung für dich. Okay, gut. Dieser Zwerg kennt keine Angst. Ich weiß nicht, ob er tapfer ist oder bloß ein Tor. Oder beides. Er fürchtet den Tod nicht. Doch in Mordor gibt es viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Hmm. Es gibt viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Was ist denn noch schlimmer? Hmm. Aber ich muss sagen, ja, ein scharfes Messer ist immer gut. Jetzt zwar nicht nicht für irgendwelche Gewalttaten. Ach da, ganz unsinns. Okay. Kann ich also hier eigentlich sneaky-peaky wieder vorbei? Was ist denn das hier? Ach so. Ich kann mal kurz hier gucken. Verbesserung. Haben wir schon noch einen Punkt dazu? Ich frage gerade, warum kann man nicht... Was war denn das? Ist das das hier? Tödlicher Schattenangriff. Genau. Warum gibt es nicht sowas? Schattenangriff? Fahneinanderreihung. Okay, cool. Warum gibt es sowas nicht? Aber mit der... Mit diesem... Ach, wie hieß das jetzt gleich? Auszerrung. Das wäre doch cool gewesen. Kampfauszerrung. Ach nee, das ist doch auch doof. Äh, was haben wir hier noch? Todesdrohung. Ja, machen wir das mal. Oder ach, das brauchen wir eigentlich auch nie. Durch HDH. Sofortiger Todesstoß. Äh, gefällt mir auch nicht. Geistertodesstoß. Nee, Kampfauszerrung. Hm. Hm. Ja, das war... Halt. Haben wir hier auch noch was dazu? Attribute 505. Schade. Ich wollte doch gern noch mehr. Hm. Gut. Seid ihr von hier so sneaky-peaky? Schlagen die sich? Hm. Das muss das Werk der Sklaven sein. Diese aufbärmlichen Menschen? Niemand! Warum schließen sie dann plötzlich auf uns, hä? Na gut, ich sag jetzt hier erst mal nur Tschüss und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst euch gut gehen. Haut rein. Tschüss.